Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute ein ganz besonderes Sofa und zwar das Modell Arena in einem neuen Leder Etocha Brandy, ein naturbelassenes Leder, Aniline mit einer ganz leichten Wachs-Finischdeckung, aber sehr matt, sehr angenehm im Griff. Nun, dieses Sofa stand auf einer Messe und kann deshalb bei uns jetzt wesentlich vergünstigt erworben werden, aber das ist nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist das Leder und die Form. Sie haben hier eine Form, die unvergänglich ist, ich mache mal das Kissen weg, das gehört nicht dazu und das auch, die immer dekorativ ist und die Kissen hinten sind lose mit Ziehband einzustecken, also schön gemacht, Sie können sich hier wunderbar hinlegen. Ja, wunderbar und das ganze Ding ist sehr repräsentativ, es passt zu vielem, ob einem diese Armlehne zurückgesetzt gefällt, ist Geschmackssache genauso wie der Fuß, mir gefällt es gut, aber das kann ich nicht sagen, das ist individuell. Arena jetzt zum Schnäppchenpreis bei profischnapp.de, für Leute die gerne kombinieren und die ein tolles, naturbelassenes Anilin Leder lieben. Arena von Tommy M. bei profischnapp.de. Dankeschön und tschüss, ihr Lutz Reinhard.